Mythos zerstört. Es gibt keinen Fachkräftemangel. Wir sind die Recruiting-Beratungsagentur aus Tauberbischofsheim Deutschland. Entstanden sind wir aus der vorbehaltlosen Liebe zum Menschen und der tiefen Überzeugung, dass der Bewerber mit seinem freiwilligen, selbstverantwortlichen und selbstwirksamen Handeln jedem Unternehmen die größtmögliche Wertschöpfung bieten kann. Deshalb richten wir bedingungslos alle Strategie-, Personalmarketing- und Onboarding-Kampagnen am individuellen Aufgabenprofil und dem Unternehmenscode der jeweiligen Organisationen aus. Der Mensch muss zur Aufgabe und zum Unternehmen passen. Du findest uns in Unternehmen, Konzernen und Organisationen, die begriffen haben, dass ihre Mitarbeiter mehr sind als eine Produktionshülse mit Pulsschlag. Wir leben Netzwerk und Wertschätzung real und agieren zu 100% an unserer Zielgruppe digital. Bist du mutig genug, um ein Talentgewinner zu werden?